Die erste olympische Medaille seit 40 Jahren für einen Lübecker. Im Moment ist es eher so ein bisschen Überforderung, weil, wie man sieht, sind viele Leute hier, die gerade was von einem wollen und auch einem gratulieren wollen, dass es auch total schön ist, aber ich war darauf ehrlich gesagt nicht vorbereitet. Genau 500 Gramm. So viel wiegt der ganze Stolz des Ruderers. Sein Siegeszug führt heute durch die ganze Hansestadt. Prost! Prost, Max! Auf dich! Danke! Auf euch! Das ist einfach schön und man weiß, dass es irgendwie, die Arbeit, die man reinsteckt, sozusagen wird dadurch auch belohnt. Also es geht gar nicht um irgendwelche, weiß ich nicht, Geldprämien oder Ruhm und Ehre so, sondern eher so einfach, dass, ja, man macht andere Leute damit auch stolz. Das sind die Leute, die wir den ganzen Weg mitgeschritten haben und das ist irgendwie, was einen auch so ein bisschen antreibt als Sportler. Vor elf Tagen. Unterstützung für Max Munski aus der Heimat. 1000 Fans fieberten live mit beim Finale. Lübeck im Silberrausch. Max ist immer so ein positiver Mensch, war immer der Spaßvogel der Gruppe, hat immer für gute Laune gesorgt. Und nicht nur jetzt früher, sondern auch jetzt in der Deutschlandachter-Crew war auch immer der, der für gute Laune sorgt. Und das ist so wichtig. Und gerade diese positive Einstellung hat ihm auch geschafft, diese Jahre auch durchzustehen, die nicht immer ganz leicht waren. Auch nicht leicht zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Ich muss jetzt auch erstmal ankommen und wirklich einmal auch mal in Ruhe Zeit für mich haben und mir dann im Klaren werden, was das eigentlich alles passiert ist die letzten Wochen und Monate. Tendenziell wird das wahrscheinlich eher mein letzter offizieller Wettkampf gewesen sein und ist eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl. Heute überwiegt aber das gute Gefühl, olympisches Silber nach Hause zu bringen.